Was geht ab ihr geilen Klubschis, herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Destiny im Multiplayer. Wir spielen nochmal Vorherrschaft und mit mir meine ich nicht nur mich, sondern auch noch jemand anderen. Hallöchen. Jo, der Red hier. Einen wunderschönen. Nachdem ich mich diesmal daran erinnert habe, auf das Video einzuschalten, könnt ihr euch auf eine schöne Aufnahme freuen. Ja, gerade habe ich es eventuell vergessen. Ist aber auch nicht so schlimm, denn die Runde war nicht so gut. Alter, was ist denn da alles? Jawohl, ich habe direkt einen Double-Kill. Läuft. Ich wurde gerade begrüßt, ey. Tür geht auf, drei Leute vor mir und ich da so, ey, was? Party! Jawohl. Party, wo? Hier bei mir. Scheiße. Ich habe einen Sprung verkackt. Verdammt. Ach. Jawohl. Der auch. Jawohl. Scheiße. Gnadenlos. Verdammt. Läuft bei dir? Ja. Gestorben bin ich mitgeschickt. Was willst du mehr? What the fuck? Was machst du denn? Ja, ich bin gerade ausgewichen und dachte, ey, jetzt machst du einen Sprung. Da hätte er aber ein Loch. Oh. Oh. Ja, gut. Wo ist er hin? Oh, kann mir mein Alter sagen, wer auf unserer Seite ist? Alle blauen. So, Double-Kill. Und der ging daneben. Alles klar. Schießt du gerade auf mich oder was? Nichts Persönliches. Okay. Ja, ja, ja. Ah, schade, da bin ich gestorben. Aber das war nichts Persönliches. Okay. Dann ist es in Ordnung. Oder vielleicht doch. Ah, Mensch. Oh, mein Auf... Wir führen, das müssen wir ändern. Was? Das geht so nicht. Nein. Du kannst nicht sterben und wenn, dann machst du es ordentlich. Also der Anfang läuft ganz gut bei mir. Hab jetzt erst meinen zweiten Tod reingeholt. Hab schon den einen oder anderen Kill. Ich check es nicht. Wie ist das möglich? Ich bin gerade gespawnt hinter, keine Ahnung, drei unseren Leuten. Dann rennt da ein Gegner vor meiner Nase hinter unseren Kollegen längs. Und kann einfach direkt hinter einem stehen und ihn mit einer Shotgun abballern. Der stand wirklich ein Meter hinter ihm. Man kriegt das doch angezeigt, wer ein Gegner in der Nähe ist. Wie kann man denn so blind sein? Ich hab gerade nichts mehr gesehen, aber es hat Spaß gemacht, den Gegner blut zu hören. Das ist doch schön. Sagen, es Spaß macht, es ist alles gut. Wie Spaß? Wir sterben immer. Oh! Aua! Wo bist du? Wo bist du? Komm her! Alter, was ist hier los? Nein, nicht du! Er! Er hier! Alter! Was ist das für ein Match? Alles klar, ich hab gewonnen. Das war einfach reiztes Chaos. Du hast gewonnen? Ja, passt irgendwie nicht. Oh, verdammt ich, ey. Ich hab wieder meine Hacks angemacht. Ich entschuldige mich. Also ganz ehrlich, wenn du wirklich Hacks auf der Playstation hinkriegst, ne? Dann musst du mir sagen, wie. Mach ich. Scheiße. Wer? So, einfach mal ne Granate da rein. Jawohl, und da rennt er auch noch. Perfektikus. So will ich das sehen. Den nehm ich auch noch mit. Welcher ist denn mein Schatten? Das da! Das ist mein Schatten. Hey! Der hat mich gerammt schon wieder. Bam, welch? Gerammt? Der Jojo Lolo. Ja, Jojo Lolo hat mich gerammt. Scheiße. Das klang jetzt gerade die... So, ein bisschen Munition. Ich hasse es, ich hasse es. Oh, oh! Aua. Heißer Hammer. Ich hab ihn fast getötet. Ich hab's gesehen. Fast. Ganz ehrlich, ich vermisse gerade den Doppelsprung. Wenn man die ganze Zeit mit Jäger spielte. Ja, der ist schön entspannt. Lol, wo hat er sein Ding hingemacht, Alter? Na? Deine Verbündeten halten dir den Rücken frei. Ach so. Weißt du, da kriegst du einen Assist. Andere würden sagen, der Kill wäre gestohlen. Und mein verehrter Herr Destiny-Stimme sagt einfach, deine Kollegen halten dir den Rücken frei. Ich habe gerade mit der Nova-Bombe verkackt, aber mit drei Nova-Bomben verkackt. Gut, ich habe gerade rasiert. Ich habe die andere schwere Munition beschützt. Ich habe da drei Leute weggeholt, bevor es losging. Alter, Vater. Du hast mein tiefstes Mitgefühl. Watt, wieso Mitgefühl? Ich habe rasiert. Und ich halte meine eigene Mannschaft für mich. Gegner. So, mach einen Abgang. Mach einen Abgang. Nein! Boah, ein Millimeter daneben. Boah, ich würde gerne mal wissen, wie viele Kills ich gleich am Ende habe. Ich habe endlich einen Sieg genommen. Hurra! Ach, du hast doch schon elf. Hä? Du hast doch schon elf. Drei Gegner haben nur vier, also... Viel schlechter geht es nicht. So, gehen wir mal nach Hause. Ey, da hat er mich schon mit seinem Bogen erwischt, ne? No, Doppelkill. Klubschi hat Signum. Oh, ja. Ich habe auch gerade die nächste Mission für mein Buch erledigt. Doppelkill. Aua, Aua. Ich glaube, wir verlieren. Ne, nicht mit mir. Oder wie heißt das Wort mit G? Ähm... Ah, scheiße, wie ist das noch mal? Ich komme ja gerade auch nicht drauf. Ich benutze das so wenig in meinem Wort, Schatz. Ach, scheiße. Ich war immer so gut, aber da hatte ich auch eine vernünftige Ausrüstung. Ach so, das Wort mit G. Meinst du, Klubschi? Genau. Die Pest muss gewinnen, oder wie war das? Jawohl. Gut, ihn habe ich trotzdem noch gekriegt. Ich glaube, ich habe am Ende der Runde drei Millionen Kills. So fühle ich mich jedenfalls. Geh mal nach Hause, das ist mein Fleckchen. Lol. Was hat denn gerade hier? What the fuck? Ich habe einen Doppelkill. Ich habe einen Doppelkill. Nice. Und das ist ein Dieb. Nein. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Jawohl. Loser. Hä, was ist hier los, Alter? Die Gegner sind so schlecht. Bei mir kamen gerade drei Gegner aus drei verschiedenen Richtungen und ich habe sie alle drei getötet. Was ist da los? Nein. Ich habe doch gerade erst meine Suppe aktiviert. Oh, ich hasse ihn. Der schießt mit einer Sniper mir von drei Metern Entfernung auf den Kopf. Ja, kann man mal machen. Ich kann mit Sniper überhaupt nicht umgehen in Destiny. Mit was? Oh, nein. Scheiße. In Destiny kann ich überhaupt nicht Snipern. Also im PvP. Oh, scheiße. Boah, das gibt's nicht, ey. Party! Scheiße. Ich versteh's nicht. Hätte ich aus der Distanz mit der Shotgun geschossen, ich hätte ihn nicht mal gekitzelt. Und er tötet mich. Ich weiß nicht, was ich da falsch mache, wenn ich mit der Shotgun spiele. Ich hab verkehaut. Spiel's mit dir in einem Team. Oh, oh. Granate. Heute hast du gewonnen. Jawohl, Sieg. Ich wollte Ihnen gerade eines. Okay. Dann wenigstens konnte ich noch einen mitnehmen. Dann gucken wir mal, wie wir rasiert haben. Vergiss dein Schlusswort nicht. Ja, mach ich gleich. Ich möchte noch kurz gucken. Was? Killcredit heißt, dass ich hab 17 Kills? Du hast 17 Kills, ja. Nee, doch. Was? Hast du? Ich hab mich angefühlt wie 30 Millionen. Mindestens. Ich werde das im Video nochmal nachzählen. Ich hab, ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich hab ein Lichtpartikel gerade gemacht, ne? Du hast eine Verweigerung. Die Aufnahme war so schlecht, wie wenn du so eine zweite hinterher schien. Quatsch, bei mir lief's gut. Deine Sicht sieht man ja nicht. Also ganz, ganz, ganz ehrlich, wenn ich mal ansatzweise, ne, deine Ausrüstung hätte, auch Level 40 hätte, dann würde ich hier nicht oder man schweig fragen, Metallkiste um und her schmeißen. So, was ist das für ein Umhang? Der Umhang ist scheiße. Ähm, schweiß weg. Ja, hab ich gerade auch. So, gut. Ich verabschiede mich hier. Fallen, wenn, ja. Dann lass doch ein Like da. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich wieder im nächsten Video. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Dann sehen wir uns auch hier. Dann sehen wir uns auch hier. Und dann sehen wir uns auch hier.